Jungs, was geht ab? Mucke hier am Start, heute aus der Vogelperspektive, ja? Und den Akku aufladen soll ich. Hinten hört ihr die geile Waschmaschine, ist am Rattern. Was will man machen? Wichtige Frage, Leute, pass auf. Wichtige Frage. Ich stelle mir die seit heute Abend. Ich habe wieder angefangen und... Horde oder Allianz? Das ist die Frage. Horde? Horde oder Allianz? Die Waschmaschine sagt Horde. Ich habe eigentlich immer Horde gespielt. Horde oder Allianz? Was meint ihr?